Die Burschenschaftliche Gemeinschaft in DB und DBÖ ist ein Zusammenschluss von 36 Burschenschaften aus Deutschland und Österreich, die jeweils einem der Verbände Deutsche Burschenschaft, Deutsche Burschenschaft in Österreich und konservativer Delegierten Konvent angehören. Einige der Burschenschaften werden als rechtsextrem eingestuft. Gründung Die Burschenschaftliche Gemeinschaft in DB und DBÖ wurde am 15. Juli 1961 auf dem Haus der Münchner Burschenschaft Danubia unter Federführung der Burschenschaft Alania Aachen von 42 Burschenschaften aus der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich gegründet. Dies erfolgte in Reaktion auf einen kurz vorher stattgefundenen Burschentag im Nürnberg, auf dem die Anträge zur Wiedervereinigung der beiden Verbände Deutsche Burschenschaft und Deutsche Burschenschaft in Österreich nicht die erforderliche Mehrheit gefunden hatten. Entgegen dem abgelehnten Antrag haben die Gründungsmitglieder der BG die angestrebte Wiedervereinigung de facto vollzogen. Das Gründungsprotokoll der BG beginnt mit den Worten. Die Burschenschaften der burschenschaftlichen Gemeinschaft bekennen sich zum volkstumsbezogenen Vaterlandsbegriff als dem historischen Vaterlandsbegriff der Urburschenschaft. Mit dem historischen Kompromiss 1971 konnte das Ziel der BG, die Aufnahme von österreichischen Burschenschaften in die DB, erreicht werden. Im Gegenzug wurde das pflichtschlagende Prinzip als Verbandsprinzip der DB abgeschafft. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten verließen viele Burschenschaften die BG, da diese in deren Augen ihre Aufgabe erfüllt hatte. Mitgliedsbünde Bundesrepublik Deutschland Landbrüner Burschenschaft Lübertas zu Aachen, Burschenschaft Tessalier zu Prag in Bayreuth, Berliner Burschenschaft Arminia, Alte Breslauer Burschenschaft der Ratscheks zu Bonn, Akat, Burschenschaft Markomania Wien zu Deggendorf, Erlanger Burschenschaft Franconia, Freiberger Burschenschaft Glückauf, Burschenschaft Markomania Aachen-Greifswald, Halle Leomner Burschenschaft Germania, Hamburger Burschenschaft Germania, Burschenschaft Germania Halle zu Mainz, Münchner Burschenschaft Kimbrier, Münchner Burschenschaft Danubia, Burschenschaft Akkadia mit weiter zu Osnabrück, Prager Burschenschaft Teutonia zu Würzburg, Österreich Akat, Burschenschaft Alemannia Graz, Grazer Akat, Burschenschaft Arminia, Burschenschaft Carniola zu Graz, Grazer Akat, Burschenschaft Cheruskia, Grazer Akat, Burschenschaft Franconia, Akat, Burschenschaft Germania zu Graz, Innsbrucker Akat, Burschenschaft Brixia, Akat, Burschenschaft Zuevia Innsbruck, Akat, Burschenschaft Leder Leoben, Burschenschaft Germania Salzburg, Akat, Burschenschaft Alania zu Wien, Akat, Burschenschaft Aldania, Wiener Akat, Burschenschaft Albier, Wiener Akademische Burschenschaft Bruna Sudetia, Wiener Akat, Burschenschaft Gozia, Wiener Akat, Burschenschaft Libertas, Wiener Akat, Burschenschaft Moldavia, Burschenschaft Nibelungia Wien, Wiener Akademische Burschenschaft Olympia, Wiener Akat, Burschenschaft Seilischa, Wiener Akademische Burschenschaft Teutonia. Politische Verortung. Öffentliche Kritik an der BG entzündet sich regelmäßig an der Mitgliedschaft von Burschenschaften, bei denen direkte Verbindungen in das rechtsextreme Lager vermutet oder belegt werden können und die zum Teil unter der Beobachtung durch die deutschen Verfassungsschutzbehörden stehen. Vier der bundesdeutschen BG-Burschenschaften wurden durch diese im Zusammenhang mit Rechtsextremismus genannt. Namentlich erwähnt wurden die Erlanger Burschenschaft Franconia, die Burschenschaft Germania Hamburg, die Burschenschaft Danubia München und die Burschenschaft Teutonia Prag zu Regensburg. Auch mehrere österreichische Burschenschaften wie die Wiener Akademische Burschenschaft Olympia standen unter Beobachtung des dortigen Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und fanden auch in deutschen Verfassungsschutzberichten Erwähnung. Unabhängig davon werden einzelne der BG-Burschenschaften immer wieder kritisiert. So forderte etwa die alte Breslauer Burschenschaft der Ratscheks zu Bonn eine deutsche Abstammung als Voraussetzung zur Aufnahme in die deutsche Burschenschaft sowie den Ausschluss der Mannheimer Burschenschaft Hansear aus der deutschen Burschenschaft aufgrund eines chinesischstämmigen Mitglieds. Kritiker wie die der SPD-Linken angehörende Bundestagsabgeordnete Andrea Nahles bezeichnen die BG als Völkischen Kampfverband und ihre Programmatik als eindeutig biologistisch, völkisch und großdeutsch ausgerichtet. Nahezu sämtliche Bestandteile eines rechtsextremen Weltbildes finden sich in der burschenschaftlichen Weltanschauung. Am 27. März 2006 beschloss der SPD-Parteivorstand einstimmig die Unvereinbarkeit einer gleichzeitigen Mitgliedschaft in einer BG-Burschenschaft und in der SPD. Im August 2014 wurde die burschenschaftliche Gemeinschaft vom Dresdner Akademikerball wegen Extremismus ausgeladen.